jo freunde willkommen zu einem weiteres video hier auf meinem kanal bau eine legostadt und schön dass du eingeschaltet hast hier auf meinem kanal heute ist es so dass wir uns heute um die straße hier weiter kümmern und ich habe mir folgendes über die ich habe ja nicht ich habe ja nicht genug von diesen dingern hier ich weiß alle drehen sich gerade im magen von diesen hier also dachte ich so gut dann bauen wir weiß ein und dann sieht das augen so schlecht aus und das machen wir heute allerdings habe ich endlich mal mir was ja gegönnt gegönnt und habe mir ein riesenrad gestellt ich brauche mich an und das machen wir heute im speedbild und es kam noch immer nicht in kommentare soll ich dieses ding dieses ding hier die pizzeria nach vorne setzen oder nicht traurigerweise sind zwei gebäude kaputt gegangen das heißt zwei gebäude weniger und ich will gerne vielleicht gucken dass ich mit euch jetzt in zukunft ein bisschen mehr wieder lego videos macht und ich ein paar fahrzeuge für der kirmes bau dann will ich so eine kirmes fahrzeug bauen dann muss ich mal gucken was ich da zusammenkriege aber jetzt machen wir erstmal das und setzen hier heute erstmal überall diese streifen nein komm aus mit mir ach dann machen wir den speedbild viel spaß bis jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das machen wir auf jeden Fall. Weiter geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.